Hallöchen meine Freunde, und zwar wollte ich euch mal, ja jetzt schon ein kleines Date geben. Ich weiß, ich habe euch erst vor ein paar Stunden das neue Projekt aufgezeigt, was ich derzeit mache, und es gibt ja jetzt schon ein kleines Update. So wie ihr sehen könnt, bin ich tatsächlich, bin ich vom Strick gewickelt und zum Häkeln. Und mache weiterhin den Schal. Nehmt mir da rein, doch. So, aber ich finde aber auch, dass das Farbenprüfende Wolle hier beim Häkeln viel besser zu sehen ist. So wie man sieht, äh, mache ich den Schal in halbe Stäbchen. Normalerweise ist angegeben Nadelstärke 3 bis 4. Und ich benutze hierfür meine 2,5er Nadel. Das hat den Effekt, dass die Wolle ein bisschen flicker wird. Durch die halben Stäbchen wirkt es eh ein bisschen dicker, meiner Meinung nach. So, das war jetzt erstmal das kleine Update. Man hört und sieht sich.